Musik 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 Oh Ja, dass man den Gang nicht so sieht Ja, wie scheiße Ach so Ja Mir egal Wie du willst Ah, wer will Nicht hier umbringen Ich brauch Level Ja Level Haben wir keine Erde Doch, aber nicht so viel Warum haben wir so wenig Erde Du kleines Verficktes Oh Treffer Ja, du wolltest genauso Ja Ja Ich hab's nicht Ich war voll überrascht, dass ich troffer hab Nicht euer Ernstädter, oder? Ey, das war richtig gut gesniped Und ich könnt wetten, Lukas, wenn der, wenn Lukas stirbt, würde er wieder irgendwo gespawnt, wo er gar nicht spawnen sollte Ja, jetzt muss man Nacht werden Äh, reicht es, wenn ich ganz kurz geschlafen hab, ganz kurz im Bett lag Ja, leider Ja, gut, das hab ich gemacht zum Glück Ja, leider Ja, das wird gleich mein Bett abgebaut Hä, was passiert, wenn ich in deinem Bett geschlafen hab Hä, was passiert, wenn ich in deinem Bett geschlafen hab Wird ein Deins Born kaputt gemacht? Nein Doch, wenn er es abbaut Ja, dann würde er auch mal kaputt gemacht werden Ja, dann würde er auch mal kaputt gemacht werden Ja, dann würde er auch dumm Wenn du's kaputt machst Ey, ich mach's auch nicht kaputt, wenn du's kaputt machst Du lappen Mir fällt es langsam ab, weil er auch nicht hat er noch 18 Du lässt mich in Ruhe Und ich denke, wir sollten wir langsam mal eine Farm aufziehen Ja, haben wir doch eigentlich Wir haben keine Farm, also Tiere, meine ich Eure können auch machen, ich habe 9 Weizen gefarmt Wenn du welche findest, dann ja Was? 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 Was war denn? Was war denn? Was war denn? Was war denn? Ja, ich bin für wieder fast gestorben Ich bin hier gerade am Auftürm Wenn jetzt weicht du, ob sie irgendwo ne große Wüchte gibt Brumm, Brumm, Brumm Ach, da kommt denn da Hey, wer das Wasser weg gemacht? Ernsthaft Das, was du in den Block abgebaut hattest Neee Wer den Block? Der hier war? Neee Oh, es wird Nacht Alter, wie das aussehen Alter, wie das aussehen Ich bin in der Neue Tülle Lalalalalala Ich glaube, nein Okay, es bleibt mir ein Rechner, das wird gesagt Und der muss man die PS4-Bestellung stornieren Ich hoffe, dass es geht Ja, wir wissen es Ja, wir wissen es Wir wissen es, wir wissen es Warum? Du hast die PS4-Bestellung bestellt Naja, also Ich habe es dann bestellt, damit ich bin nicht zu Weihnachten kommt Aber nachdem wir es dem Lash gehört habe, täte ich jetzt mal zum Rechner Und Eigentlich Weil die Grafik von der PS4 nicht wirklich besser sein soll wie Nee, das nicht Ich komme da nicht hoch Aber anscheinend nur in 720p bei Battlefield Das ist voll das Armutszeugnis finde ich Ja, dann würde ich mit PS3 Jeder mittelmäßige Rechner, also Jannis Rechner kann sogar Full HD Achso Ja Ja Und ich meine, wenn sie unbedingt nur 60 FPS haben wollen, dann machen sie lieber 30 und dafür aber Full HD Und ich meine, das steht auch dafür, dass spätestens nächstes Jahr bei der nächsten Spiele-Welle, dann nächstes Jahr, spätestens dann wird es mit 30 FPS auf 1080 nicht mehr laufen, ohne grafisch Abstriche zu machen Ja, Lukas ist hier und so Wieso machst du hier wieder oder Computer-Profi? Naja Naja Geh auf YouTube, guck nach LOL Äh Ja, klar, das mach mal Alter, 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 Alter Das war's gut Alter, der hat voll das komisch, der hat voll das verzerrte Bild von sich selbst Du warst es Du hast gefehlt Ja, ja Nett ich Ich glaube, dann reden wir nicht drüber Ich kann's super erklären Ja Nix 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 Ich hab' ne Höhle gefühlt, ich will da nicht reingehen Wieso nix Oh Ja, vor viel Koldosch, eigentlich gleich verrückt und ich hab' Diamanten und alles Was ne Eisenrüstung Achso, ey, Jannis darf niemals Diamanten behalten, gell? Gib's den lieber mehr Der fliegt, der fliegt in Lava und so Der auch was, was ist die Absicht nicht Ich sag' nur, gebt mir eure Rohstoffe und dann buddelt ich nicht mehr Ich hab' ihren Block unter mir weg und ich fall' in Lava Ne, 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 das war anders Ne, ne, das war ganz so Du hast gesagt, gib mir all eure Rohstoffe und du fällst nach dem Lava ohne Grund Du hast den Block unter mir weggebrochen Jaja, genau Da ich hatte fast gestorben, ich will gestorben, bis zu selbstständig Anliegen Ich hab' den einfach einfach reden, das ist so ganz sehr ruhig Ey, Lukas Hast du einmal, wie heißt's hier, warte? Äh, Federn Warte Gib mir die Federn Gib mir die Federn Gib mir die Federn Gib mir die Federn Dann ist gut, glaube ich, dass es sichereit ein, in mein Juli, also ich hab' die Idee Gib mir die Federn Gib mir die Federn Gib mir die Federn Gib mir so lange Bücher, bis wir ein Buch haben, wo wir mit Glück und wenn wir dann Diamanten finden Oh, Alter, gerade noch so Ja, dann Ja, dann Bauen wir die Diamanten mit der Glücksspitzhacke ab Okay Sind die Mondscheine nicht aus? Ne, sieh'n an Warum sollten die aus sein? Äh, weil hier keine sind, scheiße, das ist ein Pfeil Ah Das ist aber der Einziger Das sind keine Monster, da ich hab' auch grad'n Bogen gehört Das war ich Das waren die beiden Wir versuchen uns raus Weil hier sind gar keine Monster Ohne Witz Ah, Gott Doch, da oben sind Creeper-Monster sind auf jeden Fall an Echt? Alter, wie kommen die mir so schnell hinterher? Äh, ich kann sprechen Und stoß Sinn an, da war grad'n Zombie Ja Bei mir Hilfe Hilfe Wade Redet mich vor der Geisteskrank-Nieder wir места Ihane, es hilft mir ist bis dort nur da No ilippob Du willst du ihn? Ich 쓰려 ihn, damit t germs du mir Ich sag'a Wasn, du willst du mir Ich kümmere Einst in die Welt Gehm, ich bin Waka der schritt um uns was er da ist was auf dem Menschen töten kann in der Welt in der Katja war noch nehmen in den Sachsen Kinder und Sonnen oder Spieber wie gelösst in der Expekte ne bei Alina er hat das auch wichtig zu gelocken ja aber wenn ich da wäre auch die Gestorbe der Volk auch mit der Selbstmordkommando oder ein Lava um wollen dann werden auch die Scheiße noch mehr Fischer denn ich glaube es wird man von ihm Prozbohren hat sagt nicht mehr 3 aber hat nicht hat mich nicht sagen Julien die ganze ist und und heißt auch noch um deine Diamanten verloren er hat mir auch direkt und Juli weist es genau so endet es immer ganz immer war noch nie anders ja Lukas genauso war es die ganze Zeit das ist wirklich recht Juli hast mein Witz gecheckt ach ne wirklich das wird ja vergewaltigt Janis ich seh das, ups wo geht's da rein wo zwar geistige Aktion ah da ist ja ein Zaubertisch ah, Lukas ist ja, oh Alina er ging grad an dir vorbei ey warum da euer Zaubertisch und da ist auch noch was dran weißt du den gehört aber ok ey da schlau, was ist da? du sollst sterben da will ich aber rein Juli geh mal schnell zu Lukas und kill ihn wenn er uns so'n Tisch abbrauen will mache ich doch gar nicht wenn ich stehe hier oben ist jetzt bei dir unten in der Mine ich will dich alle töten ich will nur fort der irren hinter mir weglauft die Städte die Stimme der Eilersatz so zur Info was da ist Sackgasse wenn du grad in die Mine herunterläuft du bist du ja nicht Janis ich bin dich dann ganz entlang nett aua ach ganz entlang du hast du Pfeile für mich? ah, ich seh dich ja oder Federn? ne Gott sei Dank ich muss ja Kieserbauer ausnehmen ich geh' dich! 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 Alter was habt ihr alles für mich? ah, ich bin stur! was habt ihr alles für Bücher? what the fuck? coole, gell? Fick dich! ja! ja, ich hab' keine Federn ich hab' keine Federn ja, Pfeile ah fuck, mit dem der Lappen hat Pfeile mich nicht schöne den Kieserbauer was gut von der Richtigkeit eine Federn ist für mich ich hab' gar keine Federn so hat gewaltete Lappen oh ne, was ist da? ja, das ist Kieserbauer nein, lass ja, baut es einfach zu tun, man ja gut aber ich denke, dass wir in der Zeit der Lappen und hier ist zwei Pfeile und bis du da oben bist das ist ne halbe Ewigkeit uiih!